Hallo zusammen, heute zeigen wir euch den Unterschied zwischen den vier Deichselarten des Wagenanhänger Roland Big Boy. Hier haben wir die beiden Hochdeichselarten, einmal die Hochdeichsel B und einmal die Hochdeichsel A. Diese unterscheiden sich in der Form und in der Befestigungsart. Die Hochdeichsel A wird mit Hilfe von vier Schrauben an den Fahrradanhänger Roland Big Boy befestigt und die Hochdeichsel B wird mit Hilfe einer Flügelmutter an dem Fahrradanhänger befestigt. Diese ermöglicht auch den schnellen und einfachen Hoch- und Tiefstellen der Deichsel. Und hier sehen wir einmal die beiden Tiefdeichselarten, die wir für den Fahrradanhänger Roland Big Boy verwenden. Hier einmal die Tiefdeichsel C und die Tiefdeichsel D. Diese unterscheiden sich in der Form, in der Befestigungsart und in der Kupplungsart am Fahrrad. Die Tiefdeichsel C wird mit Hilfe von vier Schrauben an dem Fahrradanhänger Roland Big Boy befestigt und bekommt hier die Roland-Kupplung. Die Tiefdeichsel D wird mit Hilfe von einer Flügelmutter an dem Fahrradanhänger befestigt und ist dadurch leicht tief und hoch stellbar und bekommt die Weber-Kupplung. Den Fahrradanhänger Roland Big Boy bekommt ihr mit diesen vier unterschiedlichen Deichseln in unserem Online-Shop. Die Tiefdeichsel D.